Hi, wir sind's wieder Serena Goldenbaum und Katharina Pommer. Wir haben so mega viel Feedback von euch bekommen auf unser kostenfreies E-Book. Wir waren total geflasht davon, hätten nie damit gerechnet und ihr wollt mehr. Ihr habt uns gefragt, Serena, Katharina, bitte habt ihr noch etwas, was langfristig ist. Wir wollen gern abnehmen. Wir haben 10, 20, 30, 40 Kilo zu viel auf den Hüften. Wir fühlen uns unwohl. Wir fühlen uns nicht freudvoll als Frau in unserer Haut. Bitte habt ihr noch etwas? Könnt ihr noch ein Produkt kreieren? Das haben wir. Das haben wir getan. Beauty, Body and Soul haben wir für euch kreiert, weil wir davon ausgehen, dass es nicht nur darum geht, dich von einer Diät zu überzeugen, dass du weniger Fleisch isst oder weniger Süßigkeiten isst. Oder nur 200 Gramm irgendwas. Und weißt du, ich habe durch vier Schwangerschaften mehr als 120 Kilo zu und dann auch wieder abgenommen. Und dafür habe ich mir selbst ein Audioprogramm gemacht, das ich dir jetzt ans Herz legen möchte, das mir mega geholfen hat. Und Serena, du hast ja auch schon so viel gemacht und auch schon, also es gibt ja wirklich so viel Schrott. Es gibt alles. Also warum, du denkst ja vielleicht, wieso habt ihr jetzt etwas, was wir nicht schon längst ausprobiert haben und du weißt, wir haben etwas definitiv Neues, was dir dabei helfen wird, absolut in deine Kraft zu kommen, dich wohlzufühlen und definitiv abzunehmen, aber nicht durch Mangel. Auf jeden Fall. Ich habe in 30 Jahren Diätgeschichte, jedes Buch gelesen, jedes Programm gemacht. I did it all, würde ich mal sagen. Und ich weiß, es geht einfach nicht darum, Mangel und reduzieren und wenig, wenig, wenig. Dann kommt man in dieses Gefühl, oh, ich darf das alles nicht essen. Das wollen wir nicht, weil wir festgestellt haben, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dich wohlfühlst, dass du dich schön fühlst vom ersten Tag an, wo du in unserem Programm bist. Es geht nicht um eine Ernährungsumstellung und wie gesagt, um den Mangel, sondern darum, dass du dich gut fühlst, dass du wieder bei dir bist, wieder zurück zu dir kommst, dass du dich frei fühlst, dich selber entdeckst und siehst, woran liegt das eigentlich? Wann fange ich eigentlich an zu essen? Und wann brauche ich eigentlich den Schutz? Genau. Da gibt es ja ein Muster dahinter, weißt du? Und wir helfen dir dabei, wenn du zum Süßigkeiten-Schrank gehst, dass du eben dir nicht die Gummibärchen rausholst und die in dich hineinstopfst, weil das wieder dein Muster ist, wenn du Stress hast oder wenn du dich verärgert fühlst oder traurig fühlst, dass du eine Verbindung zu dir selbst bekommst über diese Süßigkeiten, sondern den Stöpsel ins Ohr gibst und ein super Coaching-Programm hörst, eine Meditation hörst, die dir augenblicklich dabei hilft, ganz bei dir zu sein, den Süßigkeiten-Schrank wieder zu schließen und Kraft aus dir selbst zu schöpfen. Denn das ist es, was dich dahin führt, dass du wieder ganz du selbst bist, bei dir bist und dich schön fühlst. Wir freuen uns auf dich. Wir sind für dich da. Wir haben die Tipps für dich und wir möchten dir helfen. Klick auf den Button unter dir. Du bekommst sofort unser Coaching-Programm. Du siehst es eingeblendet und hast es heute Nachmittag oder Abend schon bei dir. Wir freuen uns. Ciao, Papa.